Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Video von der Linecast-Ladestation LC20 für Playstation 4-Controller. Ich stelle mal den Karton jetzt weg. So, und wie gesagt, wir hatten ja das, wir hatten hier einen Aufkleber. Ist doch ein Aufkleber, oder? Nicht, dass ich... Doch, ist ein Aufkleber. Ist ja cool. Den kann ich mir schön aufs Auto pappen. Das sieht doch geil aus. So, dann haben wir das Heft. Notizen können wir uns hier reinschreiben. Hier steht alles in Deutsch sogar. Ist ja simpel. Ich brauche hier nicht mal lesen. Ich sehe hier alleine schon hier oben bebildert, was was ist. Finde ich eine sehr gute Anleitung. Also da können sich einige wirklich mal eine Scheibe von abschneiden, würde ich mal so sagen. Ich muss mal das so ein bisschen drehen, dass ihr so ein bisschen mehr seht, was ich hier mache. Ach so, die Seite ist Englisch, die Seite ist Deutsch. Okay. Und hinten? Okay. Also die Seiten uninteressant für uns. Vorsicht! Nur das mitgelieferte Kabel benutzen. Das Produkt nicht demontieren. Ne, will ich auch gar nicht. Produkt immer trockenlagern. Ne, das ist klar. Schmeiße ich nicht in Wasser. Keine organischen Lösungsmittel zum Reinigen verwenden. Okay. Gut. Und so, ja, die LEDs sind erklärt. Obere LED leuchtet rot. Okay. Finde ich gut. Also die zu den LEDs werde ich mir dann... Ach so. Unten LED leuchtet rot. Vor, Controller wird geladen. Blau. Fertig geladen. Ach so, rot wird geladen. Blau ist fertig geladen. Okay. 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 Das ist... Also simpler geht's ja gar nicht. Und was ich geil finde, wir können das jetzt sozusagen an die Playstation anschließen. Mit USB. Und neben der Playstation hinstellen. Was ich natürlich nicht machen werde. Ich werde es natürlich mit Strom anschließen und mir neben dem Sofa stellen. Weil was nützt mir der Controller, wenn der LAN wird an der Playstation? Ich will doch nicht da ständig aufstehen. Ich will den schön zentral bei mir haben. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Kabel noch an. Ja, ich weiß. Das heißt nicht den Kabel, das heißt das Kabel. Egal. Für mich ist es der Kabel, den Kabel. So. Scheiße ist der lang. Also das ist jetzt... Warte, das werde ich mal so, dass ihr es seht. Ich muss mal zurückzoomen. Also der ist wirklich extrem lang. Finde ich gut. Finde ich. Finde ich gut. Ist auch dicht. Wenn ihr hier guckt. Ich weiß nicht, ob ihr seht das so scheiße. Ja, so. Das ist wirklich schön dicht. Also nicht der Kabel einfach nur da in den Anschluss rein gemacht und wird schon halten. Nein, es ist richtig schön fest. Auch beim USB genau das gleiche. Da hatten wir schon ganz andere Sachen. So, jetzt gucken wir mal, wie der anschließt. War doch richtig. Ja, fest. Also man muss schon ein bisschen Kraft aufbringen. Also er flutscht nicht raus. Man muss schon ein bisschen Kraft aufbringen, um den rauszuziehen. Hier steht auch der Leinenkast drauf. 5 Volt, 1,2 Ampere. Ja, okay. So. Und das sieht ja natürlich richtig edel aus. Den kommen wir gleich dran. Also wenn das nicht edel aussieht, Leute, dann weiß ich auch nicht. Schön mit Klavierlack. Entschuldigung. Ich liebe diese Klavierlackgeschichten ja. Seht ihr das, wie schön das spiegelt? Hier schön das Logo noch von Leinenkast drauf. Da, guckt mal, da seht ihr. Kann man schön sehen. Oder auch hier hinten, selbst hier hinten spiegelt. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben auf der Rückseite Dual-Changing Docking for Playstation 4 Controller. Entschuldigung. Wir haben hier CE FC. Also geprüft alles. Na, da braucht man ein bisschen zum Einpegeln, aber okay. Dann haben wir vorne zwei Gumminippel. Hinten das ganze breite Ding. Also nicht nur einzeln, sondern das ganze breite Ding ist ein Riesengummiteil. Hier sind zwei. Also ich muss schon ordentlich Kraft aufwenden, um den nach vorne zu schieben. Also wenn ich hier so leicht mache, leicht geht es logischerweise. Aber wenn ich Druck aufwende, das ist cool. Das ist gut. Ich finde das Design sieht geil aus. Vor allem diese schwungene Linie, wo der Playstation Controller reinkommt. Hat was. Sieht extrem sexy aus, muss ich sagen. Ich werde euch mal die Nahaufnahme geben. Na, ein Stück zurück. So. Also das sieht doch wirklich sexy aus. Das ist von der Seite. Hat so ein bisschen was vom Schuh, oder? Sieht aber geil aus. So. Jetzt werde ich einfach mal... Ich weiß gar nicht, passt der Kabel so lang? Ne, so lange passt er gar nicht. Ich habe da gar nicht eine Idee. Oh. So, jetzt werden wir das einfach mal so machen. Ich werde das ja testen. Ich hoffe, der Kabel reicht jetzt. Doch, müsste reichen. Weil ich habe für alles gesorgt natürlich, aber weil ich hier noch einen passenden Kabel habe, dafür habe ich natürlich nicht gesorgt. Verlängerungskabel. Aber, ach, das geht. Das geht. Schließen wir den mal an. So. Ich werde mal das Licht ein bisschen dimmen, damit ihr das ein bisschen besser seht. So. Ich mache nochmal Strom ab, dann müsst ihr mal hier vorne drauf aufpassen. So. Da leuchten jetzt erstmal zwei rote LEDs untereinander. Hier oben leuchtet nichts. Man hat alles schön zentral hier vorne. Das ist hier alles schön. Ja, ich versuche gerade eine schöne Position für euch zu finden. Ich mache nochmal ab. Mal ran. Also, wenn das nicht geil ist. Und ich weiß von ganz vielen von euch, weil es ist ja nicht die erste Ladestation, die ich gemacht habe. Ich weiß von ganz vielen von euch, dass euch die von, ich will auch die Namen der Firmen nicht nennen, die habe ich noch nicht in Videoform umgesetzt. Aber ich weiß von euch, ihr habt euch das und das geholt, habt ihr mir geschrieben. Und dass es euch angekotzt hat, dass man nicht sieht, wann der Controller fertig ist. Es gibt ganz viele ohne LEDs, es gibt ganz viele mit LEDs, die einfach nur leuchten, aber euch keinen Hinweis geben, inwiefern sie voll oder leer sind. Das ist hier anders. Und das werden wir jetzt gleich mal überprüfen. Denn ich habe ja vorgesorgt. Ich habe einen leeren und einen vollen Controller. Ich weiß aber nicht, welcher jetzt voll oder leer ist. Entweder ist Odin voll oder leer oder der Totenkopf ist voll oder leer. Ich habe null Ahnung. Aber das werden wir gleich sehen. Jetzt werden wir hier erstmal, ich versuche hier gerade mal heranzukommen. Oder muss ich mir aber die Tüte aufheben. Da muss ich aufpassen, muss ich irgendwo zu meinen Papieren machen. So, jetzt nehmen wir uns hier zwei raus. Ja, bei meinem Fall natürlich wieder alle drei raus. Aber ich finde es schön, dass man drei mitkriegt, obwohl man nur zwei Controller laden kann. Finde ich sehr schön. So, und jetzt seht ihr diese kleinen Teile. Und da sind die Kontakte. Die müssen wir jetzt hier reinfummeln, was für mich jetzt ja natürlich nicht so leicht ist. Ihr kennt mich ja mit meinem... Äh, ich habe sie geschafft. Gleich auf Anhieb. Geht. Coole Sache. Habe ich es jetzt falsch rum drin? Versuchen wir mal die andere Richtung. Die andere Richtung geht gar nicht. Also hatte ich es schon richtig drin. Das ist cool. So. Ist ja geil. Mehr ist das nicht? Schon drin? Coole Sache. Ich habe gedacht, ich fummle jetzt hier ewig rum. Achso. Falsch rum. Geile Sache. Gleich auf Anhieb. Und dann sieht euer Controller praktisch so aus. Da habt ihr da kein Loch. Da habt ihr so zwei Dinger. Und die machen wir jetzt einfach mal... Wie war denn das? So rum. Ne. So rum. Und jetzt leuchtet es blau. Und jetzt machen wir das andere. So. Es leuchtet auch blau kurzzeitig. Ich kann euch das mal zeigen. So. Wenn wir jetzt hier rauf machen... Ne. So. So. Ich habe es nicht richtig dran gehabt. So. Einfach nur rauflegen. Ihr müsst aber aufpassen. Hier. Seht ihr ja? Das ist wirklich nur hauchdünn, was das hält. Das ist voll geil. Ist voll geil. Ist voll geil. Jetzt habe ich die Ladestation ein bisschen aus der Raison gebracht. Ein bisschen verarscht. Ach, die blinkt nur eh mal kurz. Ne. Da. Jetzt leuchtet sie blau. So. 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 Obere LED leuchtet rot. So. 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 Jetzt nehmen wir einfach mal den. ein. So. So. Und wenn wir den jetzt hier vorne rauf machen. Blau. Rot. Das heißt, jetzt wird er geladen. Und sobald der fertig ist mit Laden, leuchtet der blau. Jetzt müsste der eigentlich auch mal langsam ausgehen, aber der will nicht ausgehen. So. Und wenn wir jetzt den anderen rauf machen. So. So. Jetzt leuchtet er kurz blau. Und auch rot, dass er geladen wird. Jetzt werden beide Controller geladen. Also finde ich geil. Finde ich sehr geil. Und wenn ich jetzt hier von der Seite gucke, das ist doch ein sehr schönes Bild. Wenn ihr das so seht. Also finde ich sehr schön. Finde ich sehr sehr schön. Mir fällt nur ihnen auf, dass der Controller irgendwie hier oben brauner als der ist. Der ist dunkler. Warum weiß ich aber nicht. Finde ich cool. Ich bin mal gespannt, ob das mit der Silikonhülle, die ich ja mit euch testen will, ob das denn immer noch geht. Dann ziehe ich das Video einfach mal vor. Wir machen Silikonhülle und Thumbnail-Dinger machen wir gleich. Und dann können wir das nämlich gleich mal gucken. Weil da bin ich jetzt verdammt neugierig, ob das denn immer noch funktioniert. So, ich muss das erstmal alles wegpacken. Aber ich finde das Design echt schön. So, meine Controller sind verschiedenfarbig. Ohne schlecht. Und vor allen Dingen, man braucht, man braucht hier nichts machen. Einfach nur den Controller. Man braucht auf nichts achten. Einfach rein und dann leuchtet's. Gut, der ist jetzt voll, aber ja. Also durch diese goldene Nippel nichts machen. Rein. Man braucht nicht darauf achten, dass man irgendwo was reinstecken muss oder so. oder die Halterung festhalten und den Controller darin stecken. Nö. Einfach nur oben drauf. Und dann wird geladen. Vorführeffekt jetzt gerade. Was ist da drin? Der ist gerade Vorführeffekt jetzt hier. So, jetzt. Ja, natürlich. Eben klappt es die ganze Zeit hier rin, raus, rin, raus. Irgendwann kommt er sich natürlich auch verarscht vor. Ja, aber geht ohne Probleme. Also wirklich ein klasse Teil. Wir werden jetzt erstmal den Controller weiterladen. Und dann werden wir jetzt gleich die Videos machen zu den Thumbnail. Ne, jetzt habt ihr nicht hier zu den Analog-Sticks und halt das blaue Case. Ich habe extra blau gefragt, weil damals waren keine blauen Controller verfügbar. Deswegen habe ich zwei schwarze. Und ich mag blau und deswegen habe ich gedacht, ja, machen wir blau. So, dann würde ich aber jetzt erstmal verabschieden bei euch. Der Koffer hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ahoj, sagt euer Odin.